Mein Name ist David Matlener, ich bin 15 Jahre alt, ich komme aus Ravensburg, beziehungsweise Waldburg. Ich gehe in Ravensburg auf das Gymnasium St. Konrad. Meine Lieblingsmedien sind vor allem die Zeitung, online sowie als Blatt. Und ich lese sehr gern die Zeitung online, die Welt und die Schwäbische morgens in Form von der echten Zeitung. Ich würde sehr gern die Spitzenkandidaten der Landtagswahl Baden-Württemberg interviewen, trifft sich gut, denn ich bin im Politikressort.